Habt ihr durch Patch02 schon die neuen Höhlenkomplexe entdeckt? Das gesamte Schneegebiet hat jetzt neue Höhlenkomplexe, die wirklich extrem riesig sind. Ihr müsst tauchen, klettern, rutschen, entdecken, gegen viele Gegner kämpfen und vieles mehr. Ein langer Weg steht euch bevor und vieles Neues zum Entdecken. Außerdem wurde die Goldrüstung vom Platz verändert.